Das wusste ich schon. Das Beste zum Schluss, Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die gleichen, reich plus berühmt, gleich Gruppies. So, und dann binde ich meine Präsentation. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Wir sagen das dann, wenn ihr präumt seid. Ja... Na, wie war ich? Den NASA hätte ich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Hm, ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Ey, lass dich nicht entwutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre... Tja. Tja. Was könnten wir denn noch machen? To the moon. Zum Mond. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen. Isabelle. Wir können es uns kaum leisten für Ihre... Aber wir können... Aber sie können sich die Mondlandungsnotiere leisten. Wenn sie dieses Haus verkaufen, können sie es definitiv. Definitiv. Die Diagnose steht fest. Ja. Genau genommen haben. Wissen Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krampf? Was ich aufs Herz? Tatsächlich, Sie beide sind ihre Liebste. Ach krass. Vorbereiten für Laune. Sieh mal, eine Hochzeit. Tolle Sache. Wie, wie wir es mit eurem Restlehrer jetzt... Wartet mal, wo ihr... Ganz modern Flitterwochen machen könnt. Modern. Oh, das war mal Knie. Ach ja. River? Verdammtes Glas. Rutschig. Schon? Schon? Bastio Gurke. Tada. Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein Einfaches, was nicht klappt. Und das ist lächerlich. Sind wir... Wir sind Profis, verdammt doch mal. Ich mach diesen Shop nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammten langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin versprochen habe. Er verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer. So kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich halt schon hier bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. Mach das. Schuss. Mach das. Umm. because. Das macht keinen Sinn. Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Connys Wunsch zum Mond zu fliegen wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielt Döver eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendetwas gibt, was diese Veränderung verursacht haben kann, dann wären sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River Was genau hast du getan? Ne Ah, die Sonne geht auf. Ne Haben wir Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Nylon was rausgefunden hat. Haben wir River in Anführungszeichen ausgelöscht? Ich bin mir nicht sicher. Wie geht und kann kaum von Nylon überfahren. Eigentlich wünsche ich den kompletten Weg bis hier. Ach Gott. Nylon muss ja eigentlich oben sein. Und ja, weil er steht da auf. Wie geht das John? Wir verlieren ihn. Was treiben sie denn? Wir Wir sind einfach nicht vorwärts gekommen. Junior, wir haben nicht mehr viel Zeit. Falls Sie Ihren Kollegen suchen. Ich glaube, er ist in der Küche. Also dann gehen wir wieder runter. Ach ja, in der Küche. Wo ist denn die Küche? Die Küche ist... Wo ist hier die Küche? Ich glaube, hier war die Küche. Ich weiß es. Ähm. War hier die Küche? Ja. Nein. Den Teil verstehe ich, aber... Okay. Hast du das in der... In den Akten... Irgend... Gecheckt? Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder dem Arzt in diesem Fall? Wo hast du den Kaffee? Sch! Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erkläre es dir später. Also, psst. Und jetzt weiß ich gar nicht, was wir jetzt noch machen können. Ich kann auch gar nichts mehr mit der Maus machen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist. Oder ob da gerade irgendwie ein Bug ist. Ein Fehler ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er kann auch nicht... Nichts lang mit der Zentrale telefonieren, oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. Ah, okay, jetzt. Hä? Was war... Was war... Was war das denn gerade? Ich habe... Jetzt ist die Maus wieder weg. Irgendwie. Habe ich... Ja, warum ist ab und zu die Maus einfach mal weg? Warum? Hallo? Ich will... Kann ich denn hier irgendwie... Escape? Aber... Hä? Hä? Kurzifix? Was ist denn... Hallo? Ich kann hier ja gar nichts mehr machen. Wir speichern gerade mal einfach kurz. So. Gespeichert. Sein Zustand verschlechtert sich. Wir laden einfach mal. Hat's ja überhaupt gebracht. Schön. Also gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder bei To The Moon.